Wie zerrüttet ist das Verhältnis zwischen Kalanta Wollny und den übrigen Wollnys wirklich? Die abtrünnige Tochter von Sylvia Wollny teilte kürzlich einen Screenshot, der die traurige Wahrheit über sie und Schwester Loredana enthüllen könnte. Das Drama bei den Wollnys nimmt kein Ende. Vor Monaten brach Kalanta Wollny, 23, erstmals ihr Schweigen, und packte über Mama Sylvia Wollny, 59, ihre Geschwister und das Drama um ihre Tochter Kataleja, 5, aus, die seit Jahren bei ihrer Oma lebt. Außerdem erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren Bruder Jeremy Pascal Wollny, 27, der sich gerade erst wieder mit den Wollnys versöhnt hat. Wie angespannt und zerrüttet das Verhältnis zwischen Kalanta und ihrer Familie wirklich ist, könnte nun ein Screenshot deutlich machen. Bislang schwiegen ihre Schwestern weitgehend zu den Schlagzeilen und Anschuldigungen der 23-Jährigen, doch damit könnte nun Schluss sein. Kalanta selbst teilte nämlich einen Screenshot, der angebliche Kommentare ihrer jüngeren Schwester Loredana, Wollny, 20, zeigen soll. Mama Sylvia Wollny hatte kürzlich nämlich ein neues Foto der kleinen Kataleja geteilt, und damit allem anscheinend nach eine Diskussion wegen ihrer leiblichen Mama ausgelöst. Kalanta hatte mehrfach behauptet, ihre Tochter nicht sehen zu dürfen, und Loredana wollte die diesbezüglichen Vorwürfe unter dem Foto offenbar nicht mehr so stehen lassen. Unter anderem schrieb sie, allem anscheinend nach, auf Kalanta bezogen, ihre Tochter? Sie hat keine Tochter. Kalanta reagierte auf die Aussage ihrer Schwester mit, einfach nur ekelhaft, na dann! Mittlerweile sind die angeblichen Kommentare von Loredana, Wollny, unter dem Foto allerdings nicht mehr auffindbar. Ob das letzte Wort hier schon gesprochen ist? Fraglich! Kalanta Wollny kündigte allerdings an, ihren Instagram-Account in Kürze deaktivieren zu wollen. Mal Untertitelung des ZDF, 2020